Sooo, ich mach doch noch kein eigener Lobby. Das ist doch nicht, weil da in Leon drinnen ist. Und ja, die wissen nie, dass ich das aufnehmen will. Warum? Und was dürften die wissen? In gestern. Und ja, das ist jetzt super simpel. Aber okay, damit kann ich wenigstens trainieren. Jawohl, einen habe ich, den Leon. Den Leon-CST. Und ja, der kann halt keine Team-Sechtern. Die Team-Pier. Ja, es ist vorbei. Okay. Wer hätte gedacht, dass ich hier gewinnen könnte? Ich nicht. Aber jetzt sind wir alle nicht manchmal, ne? Ich weiß nicht, der Kaskier überlegt, ne? Da kommt man auch. Ich würde jetzt sagen, ne? Endlich. Nicht ein 2 gegen 2. Roman schummelt eine ordentliche Waffe raus. Ich würde sagen, ein Glex-Roller. Ein paar Ketzen. Mhm. Operation Goldfisch. 1-2 gegen 2. Ich glaube, das ist doch was Besseres. Das ist ein Diken. Aber man muss mich erst so schlecht darstellen lassen. Ich fahre ich dann. Ich bin dann in der Jacke. Du kannst ja gar nichts. Und nimm die Ruhe. Jawoll. Okay. Dann fangen wir mal raus. Wo ist das denn? Ja, komm. Zum Glück schicken. Okay. 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 Komm. Du schaffst das. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Komm. Nein. Du soll Leon Hm What I have Ok Haben Sie Sie sind Sie sind Sie sind Nein Über Pisten Wir Was Was Da Das habe Aber ich habe gucken ja klar das war aber nicht die regen ok ok und ja ich nicht ich Ich weiß nicht was der macht, damit der so gut ist, aber okay. Ich weiß nicht, was ich hier ist, was ich hier ist, was ich hier ist, was ich hier ist. Aber okay, wir müssen weiter gucken, wir müssen das Beste draus machen. Jetzt rauf bitte. Alten, ne. Komm. Versuch's einfach mal. Komm her. Jetzt aber die Macht. Keine Ahnung, wie hast du das nicht gemacht? Aber man kann ihn einfach nicht kippen. Aber ja. Sind wir froh. Maxi. Und Normfie. Wacken. Was machen wir denn jetzt noch? Operation Goldfrisch wieder? Oder? Machen wir wieder Operation Goldfrisch? Oder was machen wir? Ich weiß nicht. Oh, schein bin ich mit Leon im Team. Oder auch nicht. Nein, Leon ist alleine. Schlau, ich probier den noch einmal. Weil die auch die Reichweite haben und sowas. Ja, machen wir mal. Probieren wir's einfach mal. Okay. Nein, Freunde. Ja. Ja. Dann auch Nico. Dann hast du hier kurz Zeit. Meine Nase ist auch hier noch geschnürt. Ah, okay. Komm schon, Niki. Hast du da noch nicht so viel Zeit? Hallo. Niki. Niki. Hm. So, jetzt geht's. Aber auch ein bisschen länger. Aber okay. So, jetzt geht's. Und dann geht's euch ... Das sind schon like diese Rinder. Das sind dieassierende Erasmusung. N handy Fel Micha immer wieder haste Paktchen Kremen. 프로 hier? Das sind immerhin ungefähr so tipik. die hochfärben jawoll ich hoffe hier oben ist keiner jawoll ok ich muss sagen war es das mit dieser Bolke von Splatoon tschüss euer Rutschloon